Fuck! Boah, bei mir ist alles heilgeblieben. Fahr weiter. Boah! Was ein... Scheiß! Was ist passiert? Ich bin auf die grüne Matte gekommen. Viel zu weit. Hab mich einfach... Ich bin einfach nur noch zurückgedreht und ich glaube, er hat seinen Frontflügel verloren. Ich hab noch alles dran. Und dieser Front war? Ich glaube, er hat seinen Frontflügel verloren. Tja.